... der Botschafter für den deutschen Fußball, beliebt bei den Fans. Einen Wandel für Engländer drücken und das wird jetzt auch noch mal niedergeschrieben, also die Erkenntnis. An die Engländer, an die Gäste, die das gut gemacht haben. Einige davon aber in der Frühzeit, wie ich mal sagen, des internationalen Fußballs. Also, und auch einen zusätzlichen Hinweis von draußen. Das sieht natürlich auch so ein bisschen aus. Schon wieder Raubal. Natürlich hier auch mit Heimstein. Immerhin noch mal ein Torschuss von Julian Weigl, aber der Brand geht raus in den Engländern. Emre Can kommt für Julian, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass das ... Jürgen Löwen, der German-Federation of Rothering Doge, Lukas Podolski, heute Nacht. Those of you who managed to stay away is a wahnsinnig gute ... ... in a really good position there. Die beiden wundern sich nicht über die Pfiffe, das sind natürlich ... ... und der Dank natürlich von Joachim Löw aber ... ... jungen Spieler, die nachrückende Generation, Spielzeiten zu bekommen und ... ... sich mit ihm freuen, inklusive des Bundestrainers. ... ... ...